Du, Eddie, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll das? Aufs Maul! Das kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also, ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... Dann klatscht es. Na, der steht da genau bei 30 zwischen den Felsen. Ah, ich seh ihn, ja. Hat ein Hit? Weißt du, was ich immer lustig finde? Wenn du mit einer Ioka in eine Tür raidest, dann geht die meist immer direkt hoch. Aber wenn du vor einen Spieler, äh, da kannst du nicht kloppen willst, geht die nicht hoch. Woah, ich seh ihn, ja. Wir können halt irgendwie mit E-Hulkas oder so auch noch die beim Fluss da die aufmachen Das ist ja der gegen unsere Base Wie viel Schuss hast du denn geplant? Ne, grad hab ich nur 8, aber in der Base haben wir noch ne Menge E-Hulkaschuss Na plan, wollt ihr mit E-Hulkas noch ballern? Ja, weil genug Bandmonie haben wir ja nicht Äh, hier im Wald ist noch ein, äh, nur 2x2 Richtung Osten Ah, hat aber ein Metalltür Hm Die Putze steht aber schon ewig da, ne? Aha Ja, ewig, 2 Tage oder so jetzt Ich meine, der hat nicht Softzeit gepickt, äh, geht das noch in der GTX? Du meinst du diesen Überstehenden von dem Arm? Ja, ja Das hab ich dann schon gesagt Das war mal so, ja Aber nach meinen Informationen haben die das gefixt Zumindest sollte es gefixt werden Ist das da oben für eine Putze? Alle zu da oben? Die ist offen da oben, kann ja sein Das ist ein Fenster Fenster? Ja, ein Fenster Das ist ein Fenster, wo diese Holzdinger drin sind Oh Kann man da eventuell Softzeit picken? Hat er eine Axt mit? Ich? Ja Mach mal bitte ein bisschen Holz Hm Wann, was ist das mit vor? Ach, hier durch? Ah, Spieler vor uns, Spieler vor uns Ach ne, das ist eine GTX Ach, das ist eine Hallo? Ja, da war kein Punkt Warte mal Ich will mal hier in der Foundation hinbauen und mal reingucken da Ob wir uns durchpicken können Weil, wir müssten das Dach eigentlich einpicken können Kraftzeit, das geht ja auch fix Ja Weißt du doch, als ich das machen wollte und erstmal ordentlich dein Leben im Gaun hab? Ja, das passiert jetzt nicht, ich bin ja da jetzt, ich passe auf Äh, ja Großmeister Odi Wie viel Holz brauchen wir denn? Ach, nicht viel, ich will erstmal nur Foundation machen Ich baue Bauplan, alles gut Ja Ich hab schon Bauplan Hier ist Holz Herplane is a bone Ich hab keine Leiter mitgenommen, ne? Ich hab keine Leiter mitgenommen, ne? Genau, direkt unter dem Fenster Was sagst du, Andy? Ich hab keine Leiter mitgenommen, ne? Ist nicht schlimm Äh, Bauplan braucht ewig Aber die Base scheint hier neu zu sein, oder? Als wir gestern hier waren? Die war noch nicht hier, ne Na, warte, boah, schau Das ist der, ähm Äh, der Ding ist da Da kommt der Fluss raus, ne? Da kann man sich reinbauen Ja, ich weiß, ne? Naja Wacht er auch Der Odi ist offen Da könnten wir rein springen, oder? Können wir da rein springen? Hat der gebaut hier? Wie kommt man denn da runter? Wenn wir eine Taucherflasche hätten, könnte man ein bisschen genauer gucken, was der genau gemacht hat Ne, du kommst ja nicht nach der ganzen Runden Lass uns mal schnell zwei, drei Speere machen Das war's So, wo soll man... Äh, hier, hier ist noch ein bisschen Holz Vielleicht reicht das noch für... Wir bleiben zusammen Jo, geht noch einer Ja So, wo soll man denn picken? Äh, komm mal runter Hier sind ganz viele pinke Schlafsäcke Aber nicht so unsere, unsere Halo-Kitty, sondern irgendwie so andere Boah, den Map, weil der so ein Maß Ja, das ist von dem einen da Der da hinten gebaut hat Nach den zwei Speeren müssten wir eigentlich schon Schaden sehen Äh, ja, hier macht ganz gut Schaden, 195 HP Oh, nice Was soll ich denn nehmen? Ne, schlafen drauf Oder? Weiß nicht, ist es dasselbe? Ich guck mal Das ist ja jetzt 173 173, das war ein Stein, den du getroffen hast Ja, jetzt trefft ihr beide Gut, ich kann natürlich jetzt nix abhacken Aber es geht schnell, es sind, wie gesagt, 156 bei 250 Andy, wir müssen ja die Drecksarbeit machen Na, ihr müsst gewusst ne Axt geben, dann kann ich mitmachen Ja, hier werf ich die hoch, ja So, ich brauch auch nicht, ich muss neue ähm Ich hab noch zwei Speere Ich mach auch eben nur einen Baum Ich hoffe, Andy ist jetzt nicht unbegeistert davon Ne, das können wir jetzt eben nochmal zu Ende machen Ja, noch einen Baum oder so, dann haben wir genug Holz für Okay Jo Hier läuft einer, das ist... Ich weiß nicht 48, so machen wir Wie viel Opfer hat das, Odi? 50 50 45 45 Boah, jetzt sind meine Speere kaputt Hat da noch einer ein bisschen übriges Holz? Äh... Oder Speere oder sowas? Hat noch 100 bisschen Holz Dann baue ich mir noch nicht mehr Einer ist bei mir auch noch in der Produktion Äh... 19 16 14 8 5 3 2 Gut, runtergefallen Äh... Hier ist ein TC Schon? Mhm Bis Neues, bis ein Stein Na ja Aber... Warte mal... Hat er da jetzt Kisten gebaut? Ich seh hier irgendeine Kisten? Ja, ich seh Kisten hier unter mir Nebenbei... Ähm... Jungs... Ich... Ähm... Bräuchte mal schnell einen Bauplan Oh... Jetzt bist du nicht wirklich runtergefallen, klar Doch, meine Kommt ihr da auch wieder raus? Ja, wir picken uns nunfalls sonst hier... Durch die Soft-Zeit Ah, hier hinten gehts runter, glaube ich Ja, hier, hier ist ne Treppe Ich bin am Loot Soll ich hier oben warten? Kannst du reinkommen? Scheiße Warte, okay, okay Ich hab's geschafft Hä, wo seid'n hier? Hinten ist so... An der anderen Seite Ah Der hat's ja zum Trinken hier sich gebaut Hier Metall, tausend Kohle Ordentlich Wasser Können wir mitnehmen Pace Bester Name Oh, Wasser Hm... Wir könnten den Ofen mitnehmen Mach einfach alles, was wir finden und er ist gut Kann man trinken Sehr gut Ey, warum hält jeder so'n Headshot davon aus? Geil auf Ischma, ey Gut Äh, wer hat Metall? Fragmentor? Äh... Ich hab'n paar Äh, kannst du dann hier... Wo bist du? Aber wir haben noch den Bauplan Da können wir doch hier die Dings rausnehmen, ne? M'n Hammer Wir brauchen bloß'n Hammer Ja Äh, in der Kiste lag hier glaub' ich einer Ja, hab'n Hammer Habt ihr den Bauschrank? Ja Wo ist... Was soll ich mitnehmen? So kalt? Äh... Richtig Ich hab'n Platz dafür Oh, ich hab'n Timeout Oh, ne... Oh... Ja, warte, ich lock mich wieder ein Oder ich nehm' das Tierfett noch mit, was ich will Na, 800 Volt brauchen wir nicht Wasserkanister hat einer von euch? Äh... Ne, ich hab'n... Ich hab'n Kanister eingepackt Da hab'n schon ne Sicherung mit... 20 Schrott Oh, wir sollen'n den gleich mal voll machen, die Wasserkanister Die sind schon voll Oh, okay Naja, die Base war jetzt nicht so viel, aber für die Kosten war's ganz okay Wir haben eine Folge mit drei kleinen Reins Und sogar guten Loot Daher... Ja Ist hier erfüllt So, das war's dann mit der Staffel 28 Tschüss Wo bleibt denn der Annie? Der schläft hier nur schon wieder, ey, unfassbar Tja, alte Leute müssen sich ausruhen Wann, alte Leute müssen sich ausruhen? Ja, sag's doch mal Hast du das gesagt? Ich bin noch sooo alt Ja... Und wir können halt da noch die beste von anderen Flussseite aufmachen Mit Watt denn? Mit einer Joker So... Weiter geht's Wir haben mal ein bisschen Brandmonie, die können wir auch noch verfeuern Na, dann lass uns da mal ein Brandmonie reinballern jetzt noch Gucken wie weit wir kommen Na, eben Das ist wahrscheinlich ein R-Locker, aber... Naja, das Feuer trifft das Fundament, ne? Egal... Naja, das Feuer trifft das Fundament, ne? Egal... Und ein 100 HP Dein Sperr macht jetzt nicht so viel Schaden Ich hab noch ne Axt Du hast'n Schein angeschlagen, oder? Ja, ja, das ist fein Ach, du weißt es Ach, du weißt es Den Knochen nicht besser machen Sechzig HP hat's Ja, und Nachkampfschaden machen ja so gut wie gar keinen Schaden Oh, einen ganz Schaden hast du gemacht, eigentlich... Oh, Junge Na, komm, lass... lass das gut sein Bring mal das Zeug nach Hause, ich hab' keine Kugel mehr zur Verteidigung Hast du auch schon die normale Monie verschossen? Auch schon, ja Ja, wie gesagt, ein bisschen Joka-Monie, dann ist die Tür zumindest weg Könnt's ja leer machen Mach' ich kurz nochmal Cut Und dann kommen wir nochmal her, mach' die Öffnung, das ist gut Äh, Spieler Spieler, Spieler, Spieler Ich bin's vielleicht Nee, bist du nicht, der hackt da hinten Nee, der sammelt, äh, auf Osten direkt Ein einzelner Spieler Der hat was an, der hat Kleidung an Ja, die holen wir uns, was hier Die Zeit vor mir, ja, ok Mensch, eigentlich bewegt dich doch nicht mal Ich kann doch nicht so schnell sehen Ich sehe ihn, ja Siehst ihn noch? Ich sehe ihn jetzt nicht mehr Ah, da ist er Ah, da ist er Wo ist er? Aufm Gaul ist er Aufm Gaul ist er Jetzt hau doch nicht ab, du Schwanz Oh, was hast du Warte, wir machen erstmal das Odi alleine ist, weil vielleicht will er dann gegen Odi kämpfen Nicht so wie er ausschaut, ich geh mal rüber Hucken Ist er jetzt ernsthaft getürmt, alter? Ja, ist er Boah Ja, du siehst so streckhaft aus Odi Warte mal, warte mal, da ist der Gaul, glaube ich Er ist abgestiegen Ist das der Gaul, den er benutzt hätte? Ich weiß es nicht Hier ist eine neue Base vor Oh, ist er eingestockt Ja, ja Wo ist er? Ich weiß es nicht, ich laufe jetzt einfach mal Ich glaube von 10 ist irgendwo hergekommen der Fall Ja Äh Na, der steht da genau bei 30 zwischen den Felsen Ah, ich sehe ihn, ja Hat ein Hit? Bei 30? Ja, da unten, hinter dem Felsen war er Hier bei mir jetzt entdeckt hinter dem Felsen Direkt vor mir ist er Kann er nach hinten durch, das kann ich nicht sehen Wenn er nicht geschossen hätte Ich sehe ihn nicht Ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr Ich auch nicht mehr, hä? Also gesehen hatte ich ihn Ach, Mann Hier ist er bei mir, glaube ich Vor allem sind Schritte Das bin ich, oder? Oh, Rappen Top Schuss Sag ich doch Oh, Bruder, du bist zu voll, Alter Lol, 200 Schrott 200 200 Schrott Boah, der ist voll, ey Jung Udi, ich glaube, du sollst nochmal schnell zur Base, oder? Nee, wir werden jetzt durch hier, los Nimm euch die ganze Zeug 200 Schrott 200 Schrott So viel Lowgrade ausmachen Ja, komm, scheiß drauf jetzt Ich hände es nicht nochmal zurück Nehm euch die ganze Zeug Mal gucken, was den Gaul auch noch was drin hat Ja, komm, scheiß drauf jetzt Ich hände es nicht nochmal zurück Nehm euch die ganze Zeug Der Base leer gemacht Den Bauschrank oder so Der da vorne stand Ja, 200 Schrott halt noch 42 Haq auch schon was Ja, aber die Base hier ist doch neu Die hier Vor mir Die habe ich gestern nicht gesehen Die ist auch immer zerfallen Zerfallen? Oh, die ist auch immer zerfallen, okay So, dann... Achso, die können die auch noch hier Die Jungs hier, ne? Nee, die hatten noch eine Metalltür dahinter Ja? Ich glaub schon Ich glaub nicht Machen wir jetzt mal die da vorne Und dann geht's weiter Ich hab's einer erst mal im Chat Ist das 10-fach Loot Dün, 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 dün Na, will er? Ja, also einer hat im Chat geschrieben Ist das Server, äh, 10-fach Achso, ja, wow Natürlich Der hat dir auf jeden Fall aufgepasst Weißt du, was ich immer lustig finde, ne? Wenn du mit einer Ioka eine Tür raidest Dann geht die meist immer direkt hoch Aber wenn du vor einen Spieler, äh, das kloppen willst Geht die nicht hoch Boah, die Elektro-Schuss Boah, die Elektro-Schuss Boah Oh, Waffen, nice Wo bauen die denn hier alle? Ah, okay Samen, super Leer, Leer, Leer Die wunden Kannibale Ja, wir werden die Bauschraben aufmachen Okay Guckt einer draußen? Ja, ich bin hier an der Tür Geht der ziemlich schnell der Ding hier Zweit Ich weiß nicht, die Ohrkammer hochgehen würde Anni, haben wir Holz? Achtung Brauchen wir hier, äh, ein Dings rein, bitte eine Tür Wir lassen hier unser, äh, unser Stuff Und dann gehen wir schnell noch die zwei Minuten dabei Eine kleine Tür und ein Schlöss, ne? Die ich sie überhaupt mal rein Mach ich sie? Habe ich nicht so viel Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht Die drei Minuten, die wir jetzt unterwegs sind Schmeiß mal eben So, erstmal reingucken, wo der hier ist Wow, ein HP Oho, also jetzt hast du genug Windisch Noch mehr Schrott Jetzt, raus, genau Jetzt schmeißen wir mal alles raus, was hier im Müll ist Dann können wir alles da rein machen Gut Gut Ach doch, wer sagt, geil Ähm, da war auch noch Schießpulver drin Also mit Steinen kannst du noch ein paar Yoka-Schuss machen Wir haben doch genug dafür Ich meine ja nur Ich sag ja nur Ja, Anni, machst du Tür? Ja, drei Sekunden noch Hat einer eine Axt von euch? Dann können wir hier den Schlafsack wegmachen Ich hab eine Axt, ja Das Tür ist abgeschlossen Schrott und du hast auch alles hier liegen gelassen Nein, Norbert, was war da los? Ich hab noch Sachen nicht weg Ja, ja 270 Schrott, nicht schlecht Wieso, was wollen wir jetzt machen? Das gar nichts mehr im Inventar, oder was? Na, dass wir das, was wir jetzt erbeutet haben Wir hier lassen Dann gehen wir rüber Auf die andere Butze noch schnell Und dann kommen wir wieder zurück Falls wir wirklich snacken werden Damit wir nicht alt verlieren Achso Aber mit Yoka raus, ne? Genau So wie wir hergekommen sind Okay Udi, wie viel Yoka-Schuss sagst du noch? 46 Oh, krieg ich mal so 3 oder 4 Schuss? Ich hab auch noch genug Ich hab nur 30 Ja, okay Ja Ich hab jetzt 38 Ja, jetzt hab ich mein erstes Deck Ja, dann Gut Okay Eni, mach Tür auf Mhm Muss auch wieder zu machen Mhm Wird sein Sammacht, glaub ich Hm Aber ist noch ein bisschen Zeit Ist irgendwo ein Übergang Weil ich mich jetzt verletzt Ich bin ein Übergang immer als wenn einer auf uns schießt, wenn die Dinger hier umgekehrt waren ja aber die Typen waren schon länger nicht online, zumindest immer wenn wir online waren aber irgendwie ist die Bates heute im BK so, der Ding ist ja nicht viel du fasst zu lang für eine Folge, ich muss nicht das Glück gehen nach 2 splitten 1 HP schon wieder ok, noch eine Tür doch warte mal einfach hier vorne dran stehen, reinschießen, weggehen der nächste Schaden machen, das hat gar keinen Schaden gemacht oder? das zeigt doch nicht gleich an ja ok der nächste bitte mh, so eine Reihe jeder anstellen, ey ok bist du noch irgendwas warten oder so? ey vordrängler ja siehst du schon, hältst du alt auf hier die Jocker heute nicht hochgehen was ist denn? behindert mal was anderes ja nebenbei was du aufkommst wir können ja auch die 1er Werkbänke aufheben und die schreddern kriegt auch ein bisschen Schrott raus ist ja auch eine idee jetzt geht es ja mittlerweile was ist denn nun hier oh man ey ich lasse euch gleich kommen Leute naja ich hab auch schon die blöde Tür noch 60 scheiß Joke ich auch oh das ist aber eine helle Nacht total toll ja Odi man sieht doch sowieso wie wir schießen man hört so 33 noch nicht mehr lange 20 aber wie viel Haltbarkeit so eine Joke hat 11 11 aha sieh an er liegt da Zetschel 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 und und der Bauschrank ist voll 100 19 scrap da sind keine Semi dabei ja Arschlöcher hallo willst du dich verarschen wir haben Zetschel ja oh man ey ich brauche mal bisschen viele kleine Fische wenn man da ich würde sagen äh raus und weg los Andy die müssen wir jetzt safe kriegen oh mein Gott endlich wir haben was Explosives gefunden ja jetzt noch schnell rin Andy macht sich noch voll mit dem Zeug auf der Hand äh das bin ich also ich hab das voll gemacht ich hab mich voll gemacht Andy ist sehr knittert hier ja äh Andy ist doch leer ja deswegen soll er jetzt hier rein sich voll machen ach so ich hab auch noch ein bisschen Platz so ist es nicht aber ich glaube da ist so viel drin dass Andy ist und was da passen aufmachen lass das Ding noch rein und mach zu wieder ja guck mal ob wir jetzt noch alle Tiere da kann ich mitnehmen ich kann ja die Kanister mitnehmen und hier einmal auffüllen ja jetzt bestimmt gerade nicht dann schicken wir Andy nachher ein Kanister ist hier noch äh Martin kann ich noch nehmen kann ja so hab schon dann lass ich mir nach Hause ich geh zuerst raus okay ich kann kommen alles draußen ja und jetzt Licht aus und einfach mir folgen oh es hat schon Binken hab mich noch so selten über so was so gefreut was irgendwie hängen wir diesmal echt hinterher ne unsere Nachbarn und so haben AK alles und wir meine ja aber auch AK wo willst du denn ja jetzt also ich meine davor wir hätten mal eher wir hätten mal eher die Dinge aufmachen sollen ich glaube dass ich da gar keine Workbench drin hab ist ein bisschen komisch weil die hätten ja Crossbow und sowas auch geschissen so die Folge ich mach daraus zwei Teile ja das ist das ist das ist ja jetzt bestimmt warte mal wie oft haben wir jetzt vier Anläufe ne wir haben fünf Baisen aufgemacht mit vier Anläufen sind also mindestens 40 mögliche Aufnehmung ja ich meinte auch Zweifel und pass mal ey der eine hat AK der andere hat ne Bliebkern ne Satchel MP5 haben eine Menge Ressourcen jetzt können wir auch Metallbrot also mit die Metalltüren da aufmachen auf dem Berg das war jetzt nur wirklich eine Menge Farben ja wir ordnen uns jetzt erst mal gleich ich mache vielleicht voll zu Ende dann unterhalten wir uns was wir machen können wir machen können und dann schauen wir weiter ich denke mal das wird jetzt auch nicht passieren ich verabschiede mich jetzt schon mal von der Folge sollten wir doch sterben werde ich doch noch mit Alter 10 reinhauen ansonsten sage ich jetzt reingehauen bis zum nächsten Mal tschüss tschau tschau bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.